Wir befinden uns auf der Baustelle des Casinos Zögernitz. Hier soll mit der Eröffnung den Wienern ein Stück Zeit- und Musikgeschichte zurückgegeben werden. Wir befinden uns auf der Baustelle des Casinos. Wir befinden uns auf der Baustelle des Casinos. Und auch Sie können uns helfen bei drei sozialen Projekten. Näheres finden Sie unten bei den eingeblendeten Links oder unter forum18.at. Aber jetzt die heutige Gewinnfrage. Welcher berühmte Walzerkomponist wohnte im ersten Stock des Casino Zögernitz? A. Oskar Strauß B. Josef Lanner Bei dieser Gelegenheit bedanken wir uns bei unserem heutigen Sponsor. Bei dieser Gelegenheit bedanken wir uns bei unserem Komponist auf dem Komponisch